Hallo, ich bin's der Davidak und ich mache heute ein Review zu diesem Pümpel. Der ist von der Firma Bürstenmann und den werde ich heute mal testen. Wenn wie hier der Abguss zu ist und das Wasser nur sehr langsam abfließt, dann benutzt man einen Pümpel, um den Abfluss wieder freizubekommen. Dafür lässt man erstmal ein bisschen Wasser in die Badewanne laufen. Und dann benutzt man das, so wie ich das jetzt zeigen werde. So, das Fazit zu diesem Gerät von der Firma Bürstenmann. Von der Funktionalität ist es sehr gut. Der Abfluss ist wieder frei und das Wasser kann ungehindert ablaufen. Von der Verarbeitung würde ich nur eine 80% Wertung geben. Da es doch einige Mängel gibt an diesem Gummidingster. Und dieser Holzgriff ist auch nicht irgendwie speziell behandelt und aus ganz billigem Holz. Preis-Leistungs-Verhältnis für, ich glaube, ungefähr 3 Euro. Muss man schon sagen, das ist ein ganz gutes Gerät. Viel Spaß beim Kauf von diesem Gerät oder eben einem von einer anderen Firma. Die sind sicher ziemlich leicht da. Das war mein kleines Review zu diesem Pümpel. Und weitere Sachen von mir könnt ihr hier auf YouTube sehen oder auf meiner Internetseite davidak.de. Viel Spaß! Viel Spaß! Vielen Dank.